Simone, kannst du mir bitte helfen? Ja, natürlich. Du weisst ja, ich organisiere eine Party nächste Woche. Da kommen alle meine Freunde. Ich habe so viel zu tun. Okay, was kann ich dann machen? Soll ich die Einladungen schreiben? Ja, gute Idee. Bitte schreib die Einladungen. Gut, soll ich etwas mitbringen? Hast du schon Getränke? Ja, Getränke habe ich schon. Aber wir brauchen noch Würstchen. Kauf bitte zwei Kilo Würstchen. Sehr gern. Ich kann auch einen Salat machen. Was denkst du? Oh ja, mach bitte einen Tomatensalat. Dein Salat ist immer so fein. Perfekt. Noch etwas? Ja, bring bitte deine Lautsprecher mit. Wir möchten Musik hören. Ja, sicher.